Guten Tag, ungeschminkt, nicht fertig gemacht. Gestern hat mich ein Paket erreicht und ich habe gedacht, wir packen das jetzt schnell aus, weil es ist nicht viel, aber ich brauche den Platz. Ich brauche den Platz, wo der Karton steht. Guten Morgen und da habe ich gedacht, wir machen ein schnelles Unboxing, was ich bestellt habe, im Urlaub. Ja, kam gestern an. Gestern kam ich wieder zurück. Also hat gepasst. Also, Messer ist bereit. Guten Morgen Jenny. Hier ist das Paket. Zwei Kilo. Das ist heute mein kleines. Ich habe das gewünscht. Du hast das gewünscht schon, Sensi, das Paket? Ja. Na, mal gucken. Da ist ein Kuppel hier drin. Nein, da ist keine Kuppel. Ähm, über meinen Urlaub? Schön, entspannt. Entspannt. Guten Morgen. Ich habe mir einmal, da ich dieses Jahr nicht so viele Kataloge brauche, nur vier neue Kataloge bestellt. Ich habe mir einmal, da ich dieses Jahr nicht so viele Kataloge brauche, nur vier neue Kataloge bestellt. Mama. So sieht er aus. Mama, die kann man auch angucken. Die kannst du dann, einen kannst du angucken. Und ähm. Und drauf mal. Nein, nicht drauf mal. Nein. Die werde ich demnächst verteilen. Total. Ähm, dagegen nutzen. Mama, warum? Du hast eine Blume bei deinem T-Shirt drauf. Ich habe eine Blume auf dem T-Shirt drauf, ja. Ja. Ähm, du hast so meine Haare. Ich werde gut für meine schönen Haare. Das ist auch schön. Ich habe mir aus der Schatztruhe... Mama, so wie meine Haare. Ähm, aus der Schatztruhe... Mama, ich bin matt. Ähm, aus der East... Mama, die kann man auch riechen. Du kannst ihn dann riechen, ja. Die Eastland Days, ähm, Kollektion sind, ähm... Mama, die kann man auch bei Fässern und Riechen und aufmachen. Ja, die kann man aufmachen, so. Ähm, Different Woods Jasmin, den fand ich so schön aus der Eastland-Kollektion. Der ist in der Schatztruhe, also lohnt sich in der Schatztruhe. Mama, gib mir auch bei Schatztruhe auch ein Schatz. Ja. Und dann hab ich... Mama, alle. Ähm, die Mystery-Bars bestellt, wieder aus der Schatztruhe. Mama, hier ist noch eine Puppe drinne. Nein, da ist keine Puppe drinne. Ja, meine Kleine, die will am liebsten hier mit dabei sein. Meine Puppe ist auf meinem Zimmer. So. Machen wir gleich ein Stück auf. Zehn Stück sind drin. Guck, ich muss mal hier an den Luftflächen, Mama. Der ist... Ja, das ist... Mama... Das ist Urlaub. Mama, das ist Erdbeeren. Nein, das sind keine Erdbeeren, das ist Jasmin, Vanille. Oh, willst du mal schnuppern? Nein, nicht deinen Geschmack? Nein. Nein, den kann man nicht essen. Den kann man nicht essen, ne. Nein, wir haben den Schrank. Nein, wir haben den Schrank. Na ja. Jetzt komme ich weiter zum Auspacken. Auch wieder gut gefüllt. Wow. Erster Blick. Geil. Ähm, ich sehe gleich einen Bringback-Maba, den kenne ich. Ähm... Mama, die Mama sieht auch ein Mäckerlinge drauf. Ja, das ist ein Schmetterling. Den hatte ich. Ja, ähm... Ja, ähm... Ja, ähm... Ja, ähm... Ja, die hat noch... Auch noch eine... Und noch einen Meterlänge. Ähm... Ja, du hast einen Dungel. Ähm... Ähm... Amatist. Das kann man auch mit Tischen. Oh, geil. Das ist Eis. Äh... Äh... Mit Erde. Pass auf, der... Ja. Oh. Warum habe ich den Kier abgebissen? Ist nicht schlimm. Oh, der ist auch geil. Oh. Kannst auch riechen? Kannst auch riechen, ja. Hatschi. Du immer mit deinem Hatschi. Oh. Ein pink. Ein pinken. Ja, das ist... Blummen Beach. Der sagt mir was. Den hatte ich glaube ich schon mal. Ein Hatschi? Das ist ein... Ein Hatschi? Ja... Parfümiger. Blumiger Duft. Och... Hatschi. Du sagst bei jedem Hatschu. Die laufen alle, die muss ich alle kühlen. Tschangori Hatschu Fizzle Mama! Mama! So wie sei! Hatschu mach! Das ist ein fruchtiger Duft. Den muss ich in der Lampe testen. Du kannst Hatschu. Nicht bei jedem Hatschu machen. Leber hat du Hatschu. Das sind ja Wurzeln. Einige Wurzeln. Sachen dabei, die ich doch gar nicht kenne. Eine Mama, die ist gelb. Der ist gelb, ja. Ja! Drinnen ist auch der gelb. Drinnen ist auch der gelb. Ja, der ist leicht. Nein, kann ich auch nicht. Ja, warte mal. Die Sternfrucht. Nehmen wir mal. Ich denke mal, da ist Sternfrucht drin. Oh, sehr sommerlich. Kannst du auch legen? Kannst du auch legen? Hatschu. Du und dein Hatschu. Dann haben wir Hendrix. Das ist auch im Bringback. Der ist grün. Der ist grün, ja. Ja. Dunkelblau mit grün. Kannst du auch hießen? Das ist so ein männlicher Duft. Kannst du auch hießen? Ja. Hatschu. Ich sag's bei jedem Hatschu. Der war aber damals nicht so mein Fall, glaube ich. In der Luftbeschreibung. Muss ich testen. Dann. Mama, du musst die testen. Ja. Born to Shine. Das ist auch ein Händchen. Aus der Glamorous Kollektion war das. Mama, sieh, das ist auch Händchen drauf. Du siehst Hände drauf. Ja. Das war, glaube ich, ein Parfüm hier. Krebshut Duft. Der ist auch wunderbar. Kannst du auch machen? Den habe ich mal getestet, oder? Moment. Ja, weißt du mal kurz, Laura. So geht das. Nee. Jetzt weiß ich, den hatte ich mal getestet. Hatschu. Ja, Hatschu. Das war nicht so meiner, aber... Leder der Hatschu. Dann haben wir dabei wieder einen gelben. Mama, das ist Meckerlinge drauf und gelb. Ja. Pineapple finger. Die kann man auch riechen. Die kann man auch riechen. Hatschu machen kann. Ja, Pineapple. Und irgendeine Note noch drin. Kann ich auch riechen? Hatschu. Du und dein Hatschu. Du und dein Hatschu. So wie sie. Dann sind wirklich zwei dabei, wo ich mich mega freue. Das war einmal eine Osterkollektion. Und die Gartenkollektion. Die ist grün. Wollen wir die grünen erst nehmen? Nein, rosa. 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 Die das hier auch in Sterne. Nee, da sind keine Sterne drauf. Nur Blumen und Eier. Ja. Ähm. Whispery Lollipop. Eier kann man mitessen. Hau. Da bin ich gespannt. Die Eier kann man mitessen. Ich hab die nicht gehabt. Die Eier kann man mitessen. Die Eier kann man mitessen. Aber nur nicht auf dem Bild. Den hatte ich nicht gehabt. Ich. Ich aber. Du aber. Wie man den aufkriegt. Mama. Ich dachte, es ist rosa. Und Eier kann man mitessen. Und? Boah. Boah. Und ich nehme Laura. Ich, wa? Laura, den Liebsten. Oder? Ja. Den Liebsten? Hatschu. Das ist wirklich... Mama. Ich hab Hatschu gemacht. Ein bäriger Nullipop-Doft. Mama. Ich möchte den grünen. Den grünen machen wir jetzt. So. Mein Stapel wird immer größer. Na klar. Es sind auch vier Bars. Mama. So wie ich größer bin. Ich sehe das Apfel. Ja. Das ist ein Apfel-Prisley. Apfel sind hier drin. Ich werde es sehen. Mal gucken. Mama. Die Apfel kann man mitessen. Ja. Ich habe noch nicht mal alle getestet, die ich... Nicht das Duft nicht mitessen. Aus den letzten... Ja. Nicht Duft essen. Nein. Den Duft tun wir nicht essen. Aber... Nein. Kommt das bei Lampe. Das kommt in die Lampe. Ja. So wie mein Zimmer auch ist mein Name. Ja. Und ähm... Wer... Erstmal was von Sensi hört... Ist das meine? Es ist meine. Ich habe in der Küche auch eine. Es ist meine. Das wachs ist hart. Mama. So wie auch mein Zimmer hat. Ja. Und da können wir gleich einen Duftwechsel machen. Ich habe schon eine Wacke, die... Ähm... Die geht dann später an. Und wir riechen jetzt aber an Apfel-Prisley. Ja. Und... Und... Ich liebe grün. Seit wann liebst Du grün? Du magst das rosa. Ja. Ich liebe Eier und rosa. Ganz viel. Jetzt. Manchmal gehen die leicht... Die ist ein Zora. Oh. Der ist auch... Oh. Wie ich meine. Ich mache. Was ist denn der? Apfel. Ist der lecker? Apfel kann man mitessen. Guck mal. Ist nicht schlimm, Laura. Ich mache das gleich weg. Oh. Oh. Der muss in die Küche rein. Also. Das waren jetzt... Ich habe bestellt... Mama, wir haben auch ein Zimmer. Ja. Das ist unser Zuhause, wenn wir alle kommen. Ähm. Und der Hänger ist schon weg. Wir haben... Zehn Bars habe ich bestellt. In dem Wunschpaket sind... Überraschungspaket sind zehn Bars drin für 35 Euro. Und... Und... Außer zwei, wo ich sage... Hm. Vor allem alle zehn. Das ist geil. Und ich habe... Mama, ein bisschen Apfel mitessen. So wie hier drauf steht. Und ich... Ähm. Ich habe es noch nicht mal geschafft, die anderen zehn zu alle zu testen. Ähm. Das werden wir auch noch nach und nach wieder durchgehen. Und wenn ich jetzt wieder ziehe. Und ich muss jetzt hier hier Duftwechsel machen, weil meine Lampen... Ja. Ich wasche uns dann gleich ab. Ähm. Wachswechsel ganz einfach bei unseren elektrischen Duftlampen. Da wir hier nichts verbrennen. Ich nehme ein paar. Ich liebe Kota. Und gehe hier rein. Und dann löst sich schon die Wachsplatte, wo drin ist, wenn es kalt ist. Da die ja eh... heute nicht anging. Weil, ähm... ich den Stecker gezogen hatte. Ja. Ja. Warum auch immer. Und dann nehme ich einen Würfel raus. Ich knicke die immer hier unten. Schon mal wie eine kleine Schokolade. Manchmal klappt es gut. Manchmal nicht. Mama, die Apfel. Ja, den machen wir hier rein. So. Kommt hier rein. Auf meine Lampe. Ein Elementformat. Den kann ich euch nicht zeigen. Der ist so weit hinten. Oder kann ich nicht. Das ist meine. Das ist meine. Das ist meine. Elementformat. Hat kein Licht. Die gibt es noch im Weiß. Moment jetzt nur. Und da gibt es 10% im August. fast alles auf dem Katalog. Auch Sonnenangebote. Mama, ist das verpommst? Ähm... Schaut da vorbei. Es gibt jetzt viele, viele neue Sachen. Ähm... Ich habe sie versucht auf YouTube zu posten. Auf Instagram. In den Stories auf alle Fälle. Und am Montag. Wollte ich noch hier sagen. Ähm... Weil ich die Bilder habe. Ich habe noch nicht hochgeladen. Werde ich auch mal noch nachholen. Aber auch auf dem... Auf YouTube. Ähm... Gibt es... Kommt die... Fußball-Kollektion wieder rein. Ähm... Mit Chelsea. Ähm... War dabei. Oh... FC Bayern. Und USW. Die kommen wieder zurück. Legt mir das mal dahin, Laura. Ähm... Mama... Kann die... Flore nicht so knallen. Kann die reißen nicht. Ja. Ähm... Da werden... Die kommen wieder. Und am Montag. Und die ist mein Daddy-Messer. Ähm... Kommt auch wieder... Kommt neue Kollektion aus Friends. Da bin ich gespannt. Mama... Die ist mein Messer. Ja, das ist dein Messer. Ähm... Bin ich gespannt auf den Duft. Und ich... Und das ist da. Kann man auch bei Wurst ausschneiden. Ähm... Sehr gespannt. Weil... Kaffee. Mama... Und ich bin Kaffee-Junkie. Dann können wir reinschneiden. Und Kaffee-Junkie... Der Duft liest sich mega. Also den werde ich bestellen. Das ist Kollektion Friends. Also lizenzierte Ware. Also muss ich noch drei Bars raussuchen. Zwei Bars. Dass ich ein paar Euro spare. Aber den Duft muss ich mir holen. Auf alle Fälle. Und sonst... Mama... Die Eis kann auch... Ein Stück von mir rein. Ja, wir tun jetzt gleich noch... Ein bisschen aufräumen. Ein bisschen sortieren. Ähm... Mein Campingzeug steht hinter mir. Ähm... Was... Ausgepackt werden muss. Umgeräumt werden muss. Und wegräumt werden muss. Also ich bin sehr beschäftigt. Die Woche. Und... Ähm... Ja. Wenn Fragen sind. Zu Sensi. Ihren Shopping Link haben wollt. Ähm... Könnt ihr mich gerne anschreiben. Und ich würde sagen. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Ähm... Wir sehen uns demnächst wieder. Mal gucken, wie ich es nächste Woche schaffe. Arbeitstechnik. Und was... Mama... Was ist das? Ähm... Was so angelaufen ist. Es muss ja alles aufgearbeitet werden. Die dritte Waschmaschine läuft auch schon. Ne, die zweite glaube ich. Ich weiß es ja gar nicht mehr. Weil ich hier jetzt hin und her räume nur. Ähm... Ich würde sagen. Wir sehen uns. Wir hören uns auf Instagram. Auf alle Fan-Stories. Und auf Facebook. Gibt es ja auch die Story-Funktion. Da werden sie übernommen. Von Instagram. Weil jetzt finde ich es einfacher bei Instagram. Ähm... Ich würde sagen. Wir sehen uns. Haut rein. Und... Wenn was ist. Meldet euch bei mir. Ich freue mich auf eure Nachrichten. Auf den Austausch mit euch. Ähm... Wie ihr Dufte findet. Wenn... Vielleicht ein paar alte Hasen dabei sind. Huschlinger sind. Ihr könnt gerne in die Kommentare. Auch auf YouTube. Instagram. Ähm... Eure Kommentare schreiben. Ähm... In den Austausch mit mir gehen. Welchen Duft ihr gut fandet. Ähm... Oder wie ihr... Wie euer Paket jetzt war. Euer Überraschungspaket. Das letzte. Was ihr bestellt habt. Könnt ihr mir gerne reinschreiben. Freue ich mich sehr gerne. Und ich würde sagen. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.